Hallo und willkommen und ich bin euphorisch. Ich konnte starten ohne irgendwer mit Wien-Scanner auszuschalten. Wow, wow, wir haben wieder einen Planeten da draußen. Wow, wow, alles, alles, alles wendet sich gerade zum Guten. Ich sehe schon, alles wendet sich zum Guten. Es kann von hier aus nur besser werden. Oh, nein, sagt mir nicht jetzt schon wieder ein... Es gibt schon wieder einen neuen Schwad hier, einen neuen Code schon wieder. Äh, echt? Na gut, äh, habe ich jetzt nichts von weiter gesehen. Äh, ist das gerade auch egal. Wir wechseln mal kurz zu unserem... Nicht so. Wechseln mal kurz zu unserem... New Battle Beetle zurück. Da ist er auch schon. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und, ähm, ja, ich habe ein paar Sachen schon mal nebenbei zu sagen. Also, ich spiele natürlich in RoboCraft zwischen mich weiter. Jetzt ist es nicht so, dass ich aufhör damit. Nein, nein, nein. Ach gut, hier ist er doch. Guck mal hier. New 100% Charity Robot Plus... Wait, what? Jog Jam Charity Bot. Jog Jam. Charity Bot. Ne, man, das ist aber kein Ding, sondern... Okay. Jog Jam, äh, das könnte man eingeben hier, ne? Also. Jog Jam sozusagen, ne? Und dann jetzt Charity. Äh... Charity... Verdammt, was war das letzte Wort? Ach, Bot. Mensch, zum ersten Mal habe ich es geschafft in Code 1. Oh, es ist doch wieder... Es ist doch wieder 24 Stunden. Premium Zeit. Und mit dieser Premium Zeit... Gehen wir sofort. Werden wir nicht singen, wir gehen sofort in Boss Battle und rocken. Und rocken. Oder werden zerschossen. Eins von beiden. Aber wenigstens werde ich hoffentlich Punkt dafür kriegen. What? Cannot join Lobby. Reason impossible to join a match twice. Register... Was? Register Player? Wieso? Twice. Hey. Retry. Mach das nochmal. Versuch es nochmal. Und jetzt hänge ich irgendwie fest. Nose! Ich hänge fest. B. Okay. What Battle? Boss Battle, bitte. Let's come. Hm? Ah. Geht doch. Geht doch. Mann. Hiddy hier, ne? Hiddy, Hiddy, Hiddy. Erschrecken mich zu Tode hier echt. Himmel. Nicht, dass er jetzt schon wieder so ist wie letztes Mal, was ich natürlich nicht aufgenommen habe. Also jetzt, was ihr nicht gesehen habt. Ich habe es zwar aufgenommen, aber habe es danach wieder gelöscht, weil ich dachte mir... Das ging halt nicht. Fast 400 Leute im Boss Battle. Wow. Ich sehe schon, die meisten, die nach einem Boss Battle machen wollen und keiner spielt mehr normal. Jetzt hoffen wir mal nicht, aber kann ja passieren. Ja, ne gut, dann gehen wir nochmal raus. Okay. Meine Maus geht auch wieder. Gut, gut. Aber eben gerade ging auch meine Maus nicht. Deswegen ging ich ja wie festgenagelt davor. Machen wir es nochmal. Machen wir mal abbrechen, wenn wir noch reingehen. Ist es jetzt besser? Ist es dir besser? Ist es dir nunmehr genehm Spiel? Dass du mich reinlässt? Gegen andere Spiele antreten lässt? Vielleicht? Nee. Echt nicht? Schade. Nur mal als Test. Ich meine, noch habe ich ja keinen Boss Kampf gejointed. Angenehm, ich mache jetzt hier einfach einen Kampf. Geht das schneller? Sag mal so, das Fenster hat schon länger gebraucht, sich aufzubauen. Das ist nicht besser dadurch. Aber selbst nach T8 komme ich momentan nicht rein. Hm. Jetzt weiß ich auch, warum die einem hier diesen Code in die Hand gedrückt haben. Die Server laufen mal gerade wieder wie... Ursuppe. Ich meine, ich will jetzt mich nicht wahnsinnig darüber beschweren. Wir reden immer vom Spiel, was Free-to-Play ist. Aber es gibt andere Free-to-Play-Spiele, die das... Gut, es ist auch noch immer in Entwicklung. Man muss sagen, es ist ja nicht draußen. In dem Sinn, dass man jetzt sagen kann, Mensch, es kann, da darf kein Fehler mehr kommen. So bin ich ja nicht. Aber es ist trotzdem schade, wenn man jetzt hier sitzt und aufnehmen will. Und es geht nicht. Da stellt sich mir die Frage, wo stehen die Server? Die wurden schon welche gerade meinen. In Texas, in Thailand. Mhm. Angenommen, ich will nur ein Test-Battle machen. Komme ich in ein Test-Battle rein? Okay, also man kann jetzt nicht sagen, dass die Server gar nicht gehen würden, so wie ich hier reingekommen bin gerade. Das geht ja instant. Spontaneous. Oh, da falle ich runter und kann auch gleich was machen. Ich will das Spiel immer von innen sehen und sagen, ah, schön. So, so kann das aussehen, das Spiel. So kann es das sein. So, warum? Vielleicht, vielleicht musste ich quasi ein Opfer bringen. Jetzt habe ich mich selber geopfert gerade. Oder auch ein paar andere. Vielleicht geht der jetzt. Vielleicht aufs jetzt. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich... Wollte nie ein Boss-Battle machen. Lass mal ein Boss-Battle mal laufen. Ich mache hier einfach mal einen Schnitt, wisst ihr was? Ich mache an der Stelle mal einen Schnitt. Und wenn das Ding sich dann gefangen hat, dann melde ich mich nochmal. Bis gleich. So, Freunde der Nacht, wisst ihr was? Also ich, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich 10 Minuten hier einen Block anschmeiße. Und ich komme nicht drauf. Ernsthaft. Ich habe es jetzt versucht. Und leider ist meine Zeit auch für so Aufnahmen leider ein bisschen... Ich sage mal, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zum Aufnehmen, hätte ich gesagt. Ne, und ja, ich kann nicht aufnehmen. Sorry. Das wird jetzt... Ich glaube, da muss ich jetzt... Ja, muss ich einen anderen Tag versuchen nochmal aufzunehmen. Das läuft jetzt irgendwie nicht. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich jetzt sonstiges aufnehme. Ja. Ne, lass mich mal gucken, ne. Also, wuf. Puh. Vielleicht ist das ja die Gesturzbunde. Gesturzbunde. Ha. Neues Wort. Die Geburtsstunde. So rum. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Die Geburtsstunde vielleicht von was Neuem. Vielleicht sollte ich vielleicht jeden Freitag einfach... einfach random irgendein Spiel spielen. Das ist vielleicht mal eine Idee, oder? Einfach random irgendeines von meinen doch zahlreichen Spielen rauspacken und einfach mal spielen. Einfach mal spielen. Einfach nur mal so in die Landschaft werfen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Vielleicht findet der eine oder andere ja noch was Tolles dabei, weil er vielleicht selbst selber holen will. Ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Wenn er das hier... Sorry, aber ich kann den Servern ja nicht sagen, sie sollen die anderen machen, weil es passiert ja einfach nichts. Ja, schade. Das war es dann leider trotzdem für mich, MK3. Und wir sehen es dann... Also, ich versuche es halt demnächst nochmal. Ja, jetzt sicher, dass ich auch für hiermit... Aber wie gesagt, ich muss dann halt mal gucken, wann ich dann... das nochmal hier zum Laufen kriege. Ich meine, jetzt bin ich endlich reingekommen. Endlich. Nach langer Zeit konnte ich endlich nochmal mit... wie ein Scanner auch einloggen in das Spiel. Und jetzt startet das Spiel selber nicht. Das ist ja schon scheiße. Ja, okay. Dann, äh... Sorry hierfür. Wir sehen uns dann... demnächst trotzdem aber noch wieder. Bis dann also, ne? Und ciao. 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 Vielen Dank.